Ja, herzlichen Dank, Thorsten, für die liebevolle Anmoderation. Ja, mein Name ist Kaira Arganjoli. Das ist italienisch und heisst Erzengel. Manchmal kann man sich das so ein bisschen besser merken. Und ich liebe Tiere. Wer von euch liebt Tiere? Oh, und wer hat ein Tier zu Hause? Sehr, sehr schön, das freut mich. Auch wenn du jetzt nicht deine Hand gehoben hast, du wirst nach diesen 20 Minuten wissen, warum Tiere so wichtig sind für uns Menschen und was Tiere für uns tun können, was sie uns beibringen können. Ich bin sicher, du kennst den Hundeblick. Ja? Kennst du den Hundeblick? Ja? So diese Augen, die dich einfach anschauen, aber nicht irgendwo so direkt in deine Augen und nicht nur in die Augen, sondern auch in dein Herz. Dieser Blick. Dieser Blick, der dir sagt, mit tausend Worten ohne was zu sagen. Es reicht nicht. Das, was du tust, das reicht nicht. Für mich. Das reicht mir nicht. Und ich kenne diesen Blick sehr gut. Das ist Shari, meine neunjährige Hündin. Shari kommt aus Spanien, aus der Tötungsstation. Und wer nicht weiss, was eine Tötungsstation ist, Tiere werden auf der Strasse aufgegriffen. Shari wurde in der Mülltonne gefunden, als Welpe. Und die werden da halt abgegeben, um getötet zu werden. Und als Shari zu mir kam, war sie circa so gross, circa ein Kilogramm schwer, hatte ein dickes, aufgeblähtes Bäuchlein voller Würmer und sie kannte nichts. Sie kam zu mir, so wie Tiere zu einem kommen. Weil sie es müssen. Zufälle gibt es nicht. Und als ich sie nach Hause nahm, hat sie nur gezittert. Und die erste Nacht hat sie in meinem Bett verbracht. Weil ich einfach dieses kleine Nichts, ich konnte sie nicht. Ich konnte ihr diese Sicherheit nicht geben. Und Shari kannte nichts. Sie kannte keine netten Menschen. Das hatte sie nie kennengelernt. Und sie kannte auch sonst nichts auf dieser Erde, weil sie hatte nie Sicherheit, Vertrauen gefühlt. Und jeden Tag, für die nächsten zwei Jahre, habe ich diesen Blick gesehen. Es reicht nicht. Ich weiss nicht, was ich hier soll auf dieser Erde. Ganz ehrlich, was soll ich hier? Ich bin nicht glücklich. Ich verstehe es nicht. Ich habe Angst vor Hunden. Weil sie hatte sehr Angst vor Hunden. Und ich habe alles getan. Ich habe sie ausgeführt. Ich habe sie gut gefüttert. Sie schlief jede Nacht in meinem Bett. Meine Tochter war total vernarrt in sie. Und es reichte halt nicht. Und dann war da dieser Abend. Alle waren schon im Bett, haben geschlafen. Und ich sitze neben ihr, neben diesem Hundekorb. Und ich schaue sie an, wieder dieser Blick. Und ich war so verzweifelt. Ich habe zu dem Zeitpunkt gerade meine homöopathische Tierarztpraxis aufgemacht. Und ich schaue sie an und denke mir, was soll ich denn nur tun? Wie soll ich meine Tochter glücklich machen können oder eine gute Therapeutin sein, wenn ich nicht mal diesem kleinen Hund gerecht werden kann? Ein blödes Gefühl. Ein Gefühl der Enge. Ein Gefühl der Schuld. Der Scham. Ich meine, peinlich. Ich bin Tierärztin und ich kann diesen Hund nicht glücklich machen. Und in dem Moment kam ein Gedanke in meinen Kopf. Und ich habe mir gedacht, ey, was machst du hier eigentlich? Ganz ehrlich. Kann dieser Hund überhaupt frei und glücklich sein, wenn du die ganze Zeit ihn so anschaust, als wäre er nicht so klein und hilflos. In dieser Schuld, in der ich gesteckt habe, in der Schuld stecken viele meiner Patientenbesitzer. Sie kommen in meine Praxis und fühlen sich schuldig, dass das Tier nicht gesund ist, dass sie nicht genug tun, dass sie vielleicht irgendwas übersehen haben. Und was passiert für uns alle, was passiert, wenn wir in dieser Schuld drin stecken? Also wenn wir uns da in diese Emotion hineinfühlen, wir haben gestern gehört, die ist wirklich energetisch, ganz, ganz tief unten. Dann wird es so richtig eng ums Herz. Und wir werden, wir fühlen uns wie ein Gefängnis. Wir können nicht mehr handeln. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen und ich habe laut mit Shari gesprochen. Und das empfehle ich dir auch. Sprich laut mit deinem Tier. Es verändert die Energie so viel schneller. Ich habe ihr gesagt, Shari, von heute an gehen wir zwei nebeneinander her. Wir zwei sind von heute an ein Team. Ich unterstütze dich in allem, wo ich kann. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Aber ich gebe die Verantwortung für dein Glück dir zurück. Und ich verspreche dir, ich übernehme meine Verantwortung für mein Glück. Und heute sind wir ein Team. Wir gehen immer noch von der Hand nebeneinander her. Shari kann ihre Bedürfnisse ausdrücken. Sie ist glücklich. Sie hat immer noch Angst vor anderen Hunden. Und Menschen mag sie auch nicht. Und sie schläft immer noch in meinem Bett. Aber sie ist eine fröhliche Hündin. Wenn Besitzer, Tierbesitzer in meine Praxis kommen, dann fragen sie mich häufig, wissen Sie, es ist doch so, Tiere spiegeln Menschen. Und ist es möglich, dass dieses Tier jetzt meine Krankheit übernommen hat? Weil ich habe ja Hautausschläge und der Hund hat auch einen Hautausschlag. Oder sie sagen mir, mein Mann hat Krebs. Hat jetzt die Katze den Krebs meines Mannes übernommen? Meine Antwort? Vielleicht. Klar. Wir sind ein System. Wir sind Energie. Wir sind in einem Resonanzfeld zusammen. Und ja, es ist möglich. Was macht diese Frage? Was impliziert diese Frage? Diese Frage kommt aus der Schuld. Bin ich schuldig, dass mein Tier krank ist? Und das Erste, was ich mache, ist, ich führe diese Menschen aus diesem Thema Schuld heraus. Und wir klären mal das Feld. Was können wir tun anstelle von Schuld und Mitleid? Es ist nicht so schwierig. Wir können ins Mitgefühl gehen. Wir müssen nicht mitleiden. Denn was passiert, wenn ich in der Schuld bin? Ich gehe, quasi stelle mich unter das Tier. Ich schaue daran hoch. Ich sage, ich bin schuld an deinem, wie du dich jetzt gerade fühlst. Gleichzeitig stelle ich mich aber auch über das Tier. Und übrigens, die, die keine Tiere haben, es ist dasselbe mit Menschen. Ich stelle mich über das Tier und sage, du bist nicht fähig, dich glücklich zu machen, dich gesund zu machen. Ich muss das tun für dich. Und das dient nicht der Heilung. Es dient nicht der Entwicklung. Es dient niemandem. Auch mir nicht als Besitzer. Stattdessen gehen wir in das Mitgefühl. Und das Mitgefühl ist vis-à-vis. Wir sind Partner. Denn was braucht ein Tier oder ein Mensch, um gesund zu werden, um zu wachsen, um sich zu entwickeln? Jemanden, der an ihn glaubt. Und das ist genau das Gleiche bei Tieren. Es ist aber noch so, ich als Tierärztin hier darf dir sagen, dass die Tiermedizin noch ganz vieles zu verbessern hat. Wir haben von vielem zu viel. Wir haben zu viele Impfungen, wir haben zu viele Antiparasitika und wir haben zu viel Fertigfutter. Und das tut unseren Tieren nicht gut. Und auch die Zuchthygiene lässt oft zu wünschen übrig. Das ist etwas, was wir in Zukunft ändern möchten. Und wenn du bei uns in der Praxis bist, dann helfen wir dir dabei, hier einen ganzheitlichen und gesundheitserhaltenden Weg zu finden. Und auch in die ganzheitliche Gesundheit zu gehen. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich Tierärztin geworden bin. Ursprünglich. Heute bin ich Homöopathin. Wenn wir also schauen, hat das Tier den Tumor oder den Hautausschlag übernommen? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin sicher, du hast schon mal eine Katze auf deinem Schoss gehabt und sie so gestreichelt oder vielleicht einen Hund gestreichelt oder ein Pferd umarmt. Und in dem Moment hast du dich so ganz bei dir gefühlt. So total in der Achtsamkeit. Es war einfach so dieses Schnurren und es wird so warm ums Herz und alles ist gut und du bist total in der Mitte. und ganz viele Menschen sagen mir, weisst du, mit Tieren kann ich gut. Ich liebe Tiere, deswegen habe ich so viele Tiere. Aber Menschen, Menschen, ist nicht so meins. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn es ging mir genau gleich. Ich bin Einzelkind und ich bin so aufgewachsen. Tiere waren mein Leben und für mich gab es nichts anderes, als irgendwas mit Tieren zu machen. Und deswegen bin ich Tierärztin geworden. Ich habe aber nicht bedacht, dass die Tiere nicht alleine zu mir in die Praxis kommen, sondern immer noch ihre Besitzer mitnehmen. Und das war ein Problem. Ich wurde wirklich konfrontiert mit dem Thema Mensch. Und ich habe angefangen, den Menschen verstehen zu lernen. weil ich gemerkt habe, wie wichtig der Mensch für das Tier ist. Ich habe Coaching-Ausbildungen gemacht, Mentorings, energetische Ausbildungen und nach und nach habe ich gelernt, den Menschen zu lieben. Und ich habe gelernt, mich selbst zu lieben. Denn wie soll ich mich lieben, wenn ich den Menschen nicht liebe? Geht ja nicht. In diesem Moment, in dem du mit deinem Tier ganz nahe bist und das spürst und fühlst und einfach so bei dir bist, in dem Moment bist du ganz im Sein. Du musst nichts sein. Du bist. Du musst nicht eine Rolle spielen. Es ist egal, welchen Beruf du hast, wie du aussiehst, ob du Mann, Frau, dick, dünn bist. Für das Tier in dem Moment zählt nur die Energie. Und deswegen geht es dir dann so gut. Tiere sind Brücken. Tiere sind Brücken zu unserem Herz. Tiere können verbinden. Tiere sind Brücken in die Wahrhaftigkeit. Weil Tiere spiegeln Menschen. Und was bedeutet denn das eigentlich, Tiere spiegeln Menschen? Das sagt man ja so. Das bedeutet, du als Mensch spiegelst dich im Tier. Also du siehst dich selbst im Tier. Und es wirft dich selbst auf dich zurück. Und alles, was nicht geheilt ist, alles, was hier nicht fließt, wird halt auf dich zurückgeworfen. Jetzt bist du da und fühlst diese riesengroße Liebe in deinem Herz. Und dein Herz geht auf und da kommt so viel Energie raus. Und du spiegelst dich im Tier. Also spiegelt sich auch diese Liebe im Tier. Die Liebe, die du in dir hast, die du vielleicht vergessen hast. Und das hat nichts mit dem Tier zu tun, sondern mit dir selbst. Diese Liebe, die du da fühlst, ist deine. Und die darfst du wieder für dich fühlen. Fühlen. Deswegen sind Tiere Herzöffner. Tiere können auch Menschen verbinden. Und dann gibt es Momente, da kommen Besitzer in meine Praxis mit einem Tier, das austherapiert ist. Austherapiert bedeutet, wir können nichts mehr für das Tier tun in der Schulmedizin. Alle Therapien sind nicht wirksam. Medikamente gibt es nicht mehr. Und also nicht weitere. Und sie wirken vielleicht nicht. Und dann kommen die Besitzer zu mir. Und ich sitze dann da und bin die, die alle Puzzleteile wieder zusammensetzt und versucht, einfach wieder Frieden in dieses System zu bringen. Und dann schauen wir zusammen auf die Krankengeschichte an. Und du kannst dir vorstellen, das ist vielleicht ein Hund, fünfjährig, Juckreiz über den ganzen Körper, Haarausfall, Durchfall, er frisst nicht mehr, er hat keine Energie. Und ich habe vor mir eine 27-seitige Krankengeschichte. Und das ist kein Witz, das habe ich wirklich tagtäglich. Und wir schauen zusammen diese Krankengeschichte an mit den Besitzern, weil ich schaue immer, dass alle mitkommen. Ich nehme alle mit auf die Reise. Wir sind ein Team. Wir gehen zusammen weiter. Und Besitzer dürfen lernen zu verstehen. Und dann zeige ich, wo vielleicht der eine oder andere Weg nicht so ideal war. Welches Medikament vielleicht das System gekippt hat. Und die Besitzer sagen dann zu mir, wissen Sie, damals habe ich das noch gedacht, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Oder sie sagen zu mir, wissen Sie, ich habe das wirklich gefühlt, dass das nicht der richtige Weg ist, aber ich habe es noch gesagt, aber niemand hat mir zugehört. Und in dem Punkt, wenn wir da wieder zu uns zurückkommen und uns einfach auch lernen, wieder zu vertrauen, wenn wir lernen, auf das, was wir wirklich fühlen, zu vertrauen, dann können wir vielleicht in Zukunft auch mal Stopp sagen und sagen, ich brauche Zeit, ich fühle das anders, ich vertraue auf mein Gefühl und ich suche mir vielleicht eine Zweitmeinung oder einen anderen Weg. Weil Tiere sind Brücken und sie senden uns auch ganz vieles, was wir lernen dürfen. Und sie sind auch da, dass wir lernen dürfen. Wenn wir in der Schuld sind, sind wir gefangen, dann können wir diese Entscheidung nicht treffen. Wenn wir in unserem Herz sind, in der Liebe, im Mitgefühl, dann sind wir frei, eine Entscheidung treffen zu können. Meine Vision ist, dass wir in Zukunft von Tieren wieder mehr lernen. Dass wir schauen, was um uns herum ist, dass wir mit ihnen Hand oder Pfote oder Huf in Hand gehen können. Dass wir die Natur und die Menschen wieder eins werden, weil das ist es, was wir sind. Wir sind eins, wir sind Natur, wir gehören zusammen. Und meine Vision ist, dass die Schulmedizin und die ganzheitliche Medizin wieder mehr Hand in Hand arbeiten. Dass wir für jedes Individuum genau die richtige Therapie finden, um zu heilen, zu unterstützen, zu begleiten, halt das, was notwendig ist. und dann, wenn wir das tun, dann ist endlich alles verbunden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.